Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Callcenter Crusher und heute beweise ich euch, dass ich keine Angst vorm Schwarzwann habe. Die Firma Amos Limited beweist ihre fehlende Kompetenz unter anderem dadurch, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre eigene Webseite zu nennen. Viel Spaß mit diesem Video, das wie immer nach dem Intro startet. Hallo? 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 Hallo, schönen Tag. Guten Tag, Herr Elisabberger, mein Name ist Sebastian Schwarzmann. Ich rufe Sie an, weil Sie waren daran interessiert, ein Trading- und Investmentaccount zu eröffnen. Ist das richtig? Das stimmt schon, ja. Ja, stimmt. Okay, sehr gut. Vielleicht haben Sie schon Erfahrung mit Online-Trading? Mit Online-Trading nicht, nein. Nein, haben Sie nicht. Okay. Aber ja, es ist gar kein Problem, dass Sie keine Erfahrung haben. Unser Handelssystem ist vollautomatisch. Sie müssen selbst nicht handeln. Wir haben einen Robot. Und unser Robot wird für Sie alles kaufen und verkaufen. Sie werden nur einen passiven Gewinn bekommen. Ja, auch haben wir viele professionelle Finanzanalytiker von unserer Seite. Und brauchen Sie einige finanzielle Beratungen. Können Sie immer mit unseren Finanzexperten alles besprechen. Ah, okay. Also, ähm, haben Sie schon einige Fragen für mich? Ja. Über das Konto, wie alles. Ja. Äh, welches war Ihre Firma nochmal, bitte? Äh, unsere Firma ist Amos Limited. Ja. Können Sie das, ich hab die Fetzer schon wieder zu. Können Sie es nochmal buchstabieren? Äh, buchstabieren? Äh, was meinen Sie? Ah, diese Nummer. Nein, nicht die Nummer, sondern Ihre Webseite, Ihr Portal. Ah, ja, ja. Haben Sie sich auf unserer Plattform angemeldet? Ja, aber ich hab sie jetzt nicht mehr auf. Deswegen sollten Sie sie bitte mal buchstabieren. Damit ich dann nochmal auf Ihre Seite drauf gucken kann. Äh, ja, Moment. Ja, Moment. Äh, ja, ich kann, ähm, ich kann, äh, unser Homepage, ja, auf Ihr Adresse schicken. Bitte stottern Sie doch mal nicht so. Ne, Sie sollten es bitte buchstabieren. Das dauert sonst viel zu lange. Bis ich alle E-Mails durchsucht habe und geguckt habe, ist es wesentlich einfacher, einfach Ihre, Ihre, Ihre Plattform zu buchstabieren. Ja, also, äh, Amos Limited Plattform, ja. Sie können, ähm, einfach, ähm, ja, Google öffnen, ja. Können Sie das, können, können Sie das nicht buchstabieren? Ja, okay. Also, Moment mal, ja. Äh, jetzt, ähm, verbinde ich, ja, 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 Moment, also, äh, da, 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 da. Hallo, Amos, Amos. Überlegen Sie sich erst mal Ihre Worte, die Sie sagen wollen und dann sprechen Sie sie aus und nicht so rumgestotter. Okay, ähm, unsere Plattform ist Amos Limited, ja? Amos Limited. Ja. Sie haben sich auf unser Plattform angemeldet. Hallo? Ja, hallo. Wie ist das jetzt mit dem Buchstabieren? Buchstabieren? Was meinen Sie? Sie können einfach unser Plattform auf Google öffnen. Ja, dazu muss ich wissen, wie es geschrieben wird. Amos, ja, Amos Limited. Ja, buchstabieren. Können Sie, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Vielleicht können Sie, kennen Sie das Wort buchstabieren? Ja, ich, ja, ich kenne so, äh... Gut, dann buchstabieren Sie das doch mal. Ja, A wie, äh, wie, A wie Andres, ja? Ja, Amos, ja, dann M, Amos, ja, O, S, und dann, äh, zusammen, Limited, ja, Limited, wie auf Englisch, Limited. Amos, Limited. Amos, Limited. Na, Sie können ja toll buchstabieren. Buchstabe für Buchstabe. Ist das so schwer? Nein, ist nicht schwer. Warum machen Sie es dann nicht? Ähm, okay, also, äh, haben Sie Amos geschrieben, ja? Amos, habe ich geschrieben. Und dann, ähm, dann gibt es, äh, Buchstab, L, ja, L, wie Linda, ja, zum Beispiel, ja, ähm, Li, äh, Li, äh, M, I, T, E, D. Gut. Amos, Limited. Und dann, Punkt, E? Und dann, äh, dann, Punkt, 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 E, genau, genau. Punkt, Punkt, E, gut, okay. Okay, dann, dann, dann schaue ich doch noch mal. Oh, so. Ja, okay. Hm, sucht er noch. Ähm, hm, hm. Ja. Nee, die Seite wird nicht gefunden. Amos, Amos, Limited.de gibt es nicht. Ja. Gibt es nicht? Nein, gibt es nicht. Also, ähm. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Nun, äh, ich, ich prüfe noch mal. Ja, ich prüfe noch mal. Ja, also. Sie müssen Ihre eigene Webseite überprüfen? Ja, ja, ich prüfe jetzt. Ich prüfe jetzt. Also, Amos, äh, Limited.de, äh, nun, äh, versuchen wir auf uns kommen. Ach, Versuch, also kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht, wenn Sie sagen.de oder.com? Ja, ich, äh, normalerweise ist es .de, aber. Nee, das ist, nein, nein, normalerweise ist es nicht .de, die gibt es nicht, die Seite. Da ist nicht normal, die gibt es nicht. Äh, da gibt es für Sie nicht. Nein, nein, die gibt es nicht, die Seite. Die, die wird im Internet nicht gefunden, die Seite gibt es nicht. Nun, ich weiß, ich weiß das Problem nicht, dann. Ja, weil es die, die Seite, die es nicht gibt, die kann ich auch nicht finden. Mhm, also, äh, auf welcher, äh, auf welcher Seite haben Sie, äh, sich angemeldet, ja? Auf, äh, auf unserer Seite, ja? Ich habe gerade gefragt, wie Ihre Webseite ist, um nachzugucken. Und Sie sagten amoslimited.de und die Seite gibt es nicht, also kann ich mich da auch nicht angemeldet haben. Naja, ich weiß das nicht, das, äh... Ja, ich aber, geben Sie, geben Sie doch mal ein, amoslimited.de. Ja, amoslimited.de, korrekt. Ja, und, was... Ja, und, äh... Finden Sie eine Seite? Äh, Moment, ich prüfe. Ja, ich sehe nichts, also, äh, vielleicht die Seite ist momentan nicht funktioniert, aber... Die gibt es gar nicht, die Seite gibt es nicht. Nicht, die funktioniert nicht, die gibt es nicht, die ist noch nirgends registriert. Hm, vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht, aber... Ja, natürlich, es ist, es gibt keine Seite amoslimited.de, die gibt es nicht. Hm, als... Sie kennen Ihre eigene Webseite ja echt gut, wenn Sie noch nicht mal wissen, wenn Sie sagen, es wäre eine DE-Webseite und es ist keine DE-Webseite. Sie kennen Ihre eigene Firma ja richtig gut. Ja. Also, äh... Also, komm. Äh, ja, Sie haben, äh, Sie haben amoslimited.de versucht, ja? Amoslimited.de, haben Sie das versucht, ja? Verstehen Sie kein Deutsch? Das habe ich Ihnen jetzt so oft gesagt. Kommt das nicht an bei Ihnen? Ich, ich habe verstanden, aber... Ja, warum fragen Sie denn nach, wenn Sie es verstanden haben? Ja, aber, ja, aber, ich sehe... Aber, 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 mein Gott, sortieren Sie doch erstmal die, Ihre Worte, bevor Sie den Mund aufmachen. Das ist ja ein Gestammel, das ist ja fürchterlich. Also, jetzt sortieren Sie mal und dann versuchen Sie es nochmal. Ja. Also, äh, amoslimited.de, ja, haben Sie versucht. Wie oft sollte ich das denn noch sagen? Ja, und gibt es keine Webseite. Richtig. Geben Sie es doch einfach mal ein in Ihrem Browser. Ist das so schwer? Ich hab, äh, ich hab schon versucht. Ja, und? Welche Seite hat sich geöffnet? Keine. Ja, ich hab keine. Ja, eben, weil es keine Seite gibt. Also, vielleicht, also, vielleicht gibt es einige, ähm, technische Probleme mit, äh, mit unserer Seite. Ja, das ist nicht Ihre Seite, amoslimited.de. Die Seite gibt es nicht. Es ist. Es genau ist. Es ist unser Plattform. Nein, amoslimited.de gibt es nicht. Äh, vielleicht. Ist es com oder IO oder was sonst? Amoslimited.de ist es nicht. Amoslimited.de gibt es nicht. Ähm, vielleicht .com. Nein, vielleicht mal. Moment mal, ich prüfe, ja. Oh mein Gott, Sie haben ja wirklich Ahnung. Meine Herren. Ja, Moment. Ähm. Ja, Moment. Ähm, ich kann Ihnen mit unserer technischen Experten, äh, verdienen, ja. Und das technische Experte, wir Ihnen alles erklären. Ja, damit ich, äh, ich, äh, ich verstehe das Problem nicht. Ja, ich hab auch versucht, amoslimited.de, aber ja, gibt es, äh, leider keine Seite. Ja. Ja. Ja, jetzt verdiene ich Ihnen mit unserem Finanzexperten, ja, weil wir sind technische Experte, ja. Technische Experte meine ich. Und unser Experte wird Ihnen alles erklären, ja. Diese Probleme mit der Webseite und unserem Web. Ja, Moment mal, ja, ein Augenblick. Ja. Hallo? 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 Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin von der Qualitätsabteilung. Äh, spreche ich mit Herrn Riesin Berger? Ja. Ja. Bisschen Benger? Okay. Äh, möchten Sie unsere Webseite sehen, mein Kollege gesagt? Ja, ähm, das Problem ist, äh, die Webseite, die der Kollege genannt hat, die gibt es gar nicht. Ich schicke alles per E-Mail, ja? Ne, das können Sie mir sagen. Soll ich sagen? Ja, richtig. Okay. Okay. Moment bitte. Ich probiere jetzt zu buchstabieren. Äh, buchstabe finden, okay. Mhm, also, Sie müssen also irgendwo nachgucken, um eine Webseite zu buchstabieren. Was meinen Sie? Äh, Sie sprechen genauso gut Deutsch wie Ihr Kollege, ne? Also, ja, ich verstehe, was Sie sagen, aber... Ja, meine Frage war, müssen Sie wirklich irgendwo nachgucken, um Ihre Webseite zu buchstabieren? Wir haben mehrere Webseite. Ich muss schon, äh... Ach, Sie haben mehrere? Welche haben Sie denn noch? Wir arbeiten auch mit Binance und Bitpanda zusammen, ja? Na gut, das ist aber nicht, das ist aber nicht Ihre Webseite, Binance und Bitpanda. Meinstens, wir arbeiten auf Big Panda und Binance auch. Na, ich habe nach Ihrer Webseite gefragt und nicht nach der Webseite von Binance oder Bitpanda. Wissen Sie, was machen ich? Was machen wir jetzt? Ich schicke Ihnen alles per E-Mail. Nein, Sie sollen es mir buchstabieren. Nein, ich schicke alles per E-Mail und wenn Sie bereit sind, können Sie sich melden, ja? Nein, nein, mit Sicherheit nicht. Wenn Sie mir nicht in der Lage sind, Ihre Webseite zu buchstabieren, dass ich Ihre Webseite überhaupt nochmal sehe, äh, da werde ich ganz sicherlich... Ich kann es stabilieren. Ja, dann machen Sie das, sonst warte ich die ganze Zeit drauf. Ich verstehe nicht, warum möchten Sie, dass ich alles schicken soll? Weil mein, äh, mein E-Mail-Postfach sehr voll ist und ich müsste viel zu lange suchen, bis ich Ihre E-Mail finde. Und deswegen sollen Sie mir das buchstabieren. Okay, also schauen Sie bitte, äh, Buchstabe A, Amos, Amos, wissen Sie ja, Amos schreiben, äh, Arnold, also, äh, Meta, äh, Arnold nochmal, Limitest. Können Sie auch nicht buchstabieren? A wie Anton, M wie Marta, O wie Otto und so weiter. Also, weiter. Schauen Sie. Ne, ich schaue nicht, ich möchte schreiben und dazu muss ich hören und nicht schauen. Ich schicke alles per E-Mail. Nein, Sie sollen das buchstabieren, das hatte ich Ihnen gerade schon erklärt. Nein, ich schicke alles per E-Mail. Ne, dann gehe ich nicht dran. Okay, dann nehme ich ein anderes Unternehmen. Kein Problem, wenn Sie, Ihre, wenn Sie keine Kunden, ja, ja, ne. Okay, Sie sind ja offensichtlich eine Betrügerfirma. Wieso? Warum sagen Sie das? Ja, weil, 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 schauen Sie, ne, ich schaue nicht. Sie wollen meine Fragen nicht beantworten, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Von wo aus rufen Sie denn an überhaupt? Alles klar, also, äh. Von wo aus rufen Sie denn bitte an? Wo ist denn? Ich rufe Sie aus Österreich. Ja, prima, okay. Okay, sind Sie eine österreichische Firma? Wo ist der Sitz, der Hauptsitz Ihrer Firma? Schauen Sie, ich schicke alles per E-Mail. Nein, 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 ich schaue, ich schaue nicht, ich schaue nicht. Sie wollen meine Fragen nicht beantworten, da werde ich nicht bei Ihnen investieren. Ganz einfach. Alles klar, kein Problem. Ja, genau, kein Problem, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Tschüss, du Betrüger. Tschüss, du Betrüger. Ja, das ist richtig. Sehr angenehm, Herr Siegelbrecher. Ich melde mich wegen Ihrer Registrierung bei Gemini. Stimmt es? Das weiß ich nicht, weswegen Sie sich melden. Sie haben Ihre Daten und Telefonnummer hinterlassen. Es geht um Onlinehandel am Finanzmarkt mit einem Roboter, mit einem automatisierten Handelssystem. Ah ja. Stimmt es? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß doch nicht, welche Firma Sie sind und was Sie machen. Sie fragen mich, ob das stimmt. Woher soll ich das wissen? Ich habe Sie gefragt, ob Sie diese Registrierung hinterlassen haben. Ah, das haben Sie gefragt. Nein, das haben Sie nicht gefragt, aber ja, habe ich. Sehr gut. Zeit mit mir zu sprechen? Bitte, Ihre Telefonleitung ist schlecht. Ich habe Sie kurzzeitig nicht gehört. Hallo? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Haben Sie jetzt ein paar Minuten Zeit mit mir zu sprechen? Ja, das hätte ich. Okay, sehr gut. Herr Siegelbrecher, also ich habe verstanden, dass Sie Interesse am Finanzmarkt haben, richtig? Das ist richtig, ja. Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Handeln oder sind Sie ganz neu auf diesem Gebiet? Nein, so ein klein wenig Erfahrung habe ich. Haben Sie alleine gehandelt oder mit einem Finanzexperten? Ich habe mal auf dem Finanzmarkt Aktien geordert. Ich habe verstanden. Okay, gut. Ich erkläre Ihnen kurz, wie alles bei uns funktioniert. Also bei uns haben Sie die Möglichkeit, mit einem automatisierten Handelssystem mit dem sogenannten Roboter zu handeln. Alles wird automatisch, laut modernsten mathematischen Algorithmen laufen. Ähm. Diese Roboter wird, ja. Darf ich? Äh, welche Firma waren Sie doch gleich hier? Es geht um Gemini 2. Äh, die Webseite können Sie mir die mal nennen, dann kann ich mir die schon mal anschauen. Webseite. Soll ich Ihnen die auf Ihre E-Mail-Adresse senden? Die können Sie mir einfach mal nennen. Buchstabieren. Buchstabieren. Sie meinen die Handelsplattform, ja? Ja, genau. Das ist GELON24. Wie? Können Sie es mal buchstabieren? Das ist schlecht zu verstehen, weil es sehr laut bei Ihnen ist. Mhm. Also Gerhard. Ja. Emil. Ja. Ludwig. Ja. Ida. Ja. Otto. Ja. Nordpol. Ja. Punkt. Punkt. Also, äh, entschuldige, GELON24, also 2,4, dann Punkt, Punkt. Also kein Punkt, okay. Ja, das ist unsere Handelsplattform. Mhm, okay. Gut. Jetzt können Sie weiter erklären. Mhm. Also, äh, wie gesagt, alles wird automatisch laufen, laut modernsten mathematischen Algorithmen. Dieser Roboter wird für Sie handeln. Der wird für Sie die lukrativste Trades auswählen, etwas billiger einkaufen und dann teurer verkaufen. Und von dieser Preisdifferenz werden Sie Ihre Profite bekommen. Nach der Kontoaktivierung, Sie bekommen den Anruf von unserem Fachmann. Der wird Ihnen das Programm einstellen, erklärt, wie es funktioniert und schaltet für Sie den Handel ein. Sie können bei uns Währungen, Rohstoffen, Indizien, Aktien, Kryptowährungen handeln. Also, wenn ich mich nicht irre, haben wir mehr als 300 Aktive an der Plattform. Was noch ganz wichtig für Sie ist, das ist die Auszahlung von Ihren Profiten. Die Auszahlung können Sie jederzeit direkt in Ihrem Handelskonto tätigen. Den Zugriff zu dem Handelskonto haben nur Sie, kein anderer Mensch. Sie beantragen die Auszahlung und werden dann von unserer Finanzabteilung angegriffen. Ähm, ich habe mal eine Frage. Das Zugriff auf mein Konto habe nur ich. Wie wird denn dann gehandelt? Irgendjemand muss ja auch Zugriff auf mein Geld haben. Also, Zugriff zu Ihrem Geld haben auch nur Sie, ja. Ja, und wer handelt dann für mich? Wie bitte? Wer handelt dann für mich? Dieser Roboter wird für Sie handeln, ja. Ja, dann muss der ja auch Zugriff auf mein Konto haben. Also, Sie bekommen von uns Login und einmaliges Passwort, ja. Dann ändern Sie natürlich Ihr Passwort, damit nur Sie den Zugriff zu Ihrem Handelskonto haben können. Ja, Augenblick. Wenn der Roboter für mich handelt, dann muss ja auch der Roboter Zugriff auf mein Konto haben. Also, es ist ein automatisiertes Handelssystem, ja. Ja, und der hat Zugriff auf mein Konto. Eine fachliche Begleitung von unserem Fachmann, von unserem Finanzberater, ja. Und Sie werden also, wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Finanzberater den Zugriff zu Ihrem Handelskonto hat, dann natürlich passiert es nicht, ja. Ja, aber Sie sagten doch, dass der automatische Roboter für mich handelt. Da muss der automatische Roboter ja Zugriff auf mein Konto haben. Sonst könnte er ja nicht handeln mit meinem Geld. Naja, das System wird automatisch laufen, ja. Also hat er Zugriff auf mein Geld. Wenn Sie es auszahlen lassen wollen, das können Sie nur Sie es tun. Ja, nein, nein, das geht. Sie haben gesagt, dass nur ich Zugriff auf mein Geld habe. Das kann ja nicht funktionieren. Ja, genau, genau. Lass Sie mich doch einfach mal ausreden. Das kann ja schon so nicht sein, wenn der Roboter schon... Sie unterbrechen mich auch. Sie lassen mich immer nicht ausreden. Also entweder lassen Sie mich ausreden, Sie stellen Fragen, ich antworte und Sie unterbrechen. Also, können wir uns darauf einigen, dass Sie mich ausreden lassen? Ja, natürlich, Sie mich auch. So, also, Sie sagten, dass nur ich Zugriff auf mein Konto habe. Aber der automatische Roboter soll für mich handeln. Da muss der ja auch Zugriff auf mein Konto haben. Das Programm ist bei Ihnen, ja. Und den Zugriff zu diesem Programm haben auch Sie, ja. Und Sie bekommen automatisch die Gewinne von diesem Programm auf Ihr Konto. Ja, aber das Programm läuft doch... Dieses Programm ist kein Mensch, ja. Das ist ein Roboter. Und Sie kontrollieren es selbst. Und wo läuft das Programm? Auf Ihrem Handelskonto. Ja, und mein Handelskonto liegt bei Ihnen auf der Plattform? Ja, aber den Zugriff zu diesem Handelskonto haben nur Sie. Sie ändern das Passwort und können nur Sie zu dem Konto zugreifen. Und Ihre persönliche Analytik kann Ihnen mit den Einstellungen helfen. Ich glaube, wir missverstehen uns da heftig. Also, wenn ich mein Handelskonto aktiviere und da Geld habe und nur ich Zugriff habe, dann kann ja auch der Roboter gar nicht handeln, weil der hat ja keinen. Das Handelskonto läuft ja auch bei Ihnen genauso wie der Roboter. Das läuft ja beides auf, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Sie haben gerade gesagt, dass Sie mich ausreden lassen. Dann lassen Sie mich auch ausreden. Also, das Handelskonto und der Roboter laufen bei Ihnen auf der Plattform. Auch wenn ich nur Zugriff... Und wieder haben Sie mich unterbrochen. Fällt Ihnen gar nicht auf, ne? Na ja, dann erzählen Sie mal weiter. Wir haben keinen Zugriff zu Ihrem Handelskonto, ja? Doch, haben Sie, natürlich. Und wenn Sie Ihr Handelskonto öffnen, ja, dann wird dieser Roboter handeln, ja? Nur wenn Sie das zugelassen haben. Mhm, gut, okay. Dann glauben wir das mal. So, okay, Ihre Seite ist... Von wo aus rufen Sie denn überhaupt an? Wir sind in Deutschland, in Dortmund. In Dortmund, ah ja, das ist sehr schön. Haben Sie da mal die Adresse für mich? Ja, natürlich. Ruhr-Allee 9. Ruhr-Allee 9 in Dortmund, okay. Die Frage ist, Sie rufen mit einer österreichischen Nummer an. Warum das? Ja, wir nutzen die IP-Telefonie. Das bedeutet, dass ich sie per Internet anrufe, ja. Und für die Internetanrufe ist es ganz normal, dass die Nummer mit verschiedenen Vorwellen kommen. Nein, das ist nicht normal. Ich bin aus der IT-Branche, deswegen frage ich, ja. Sie können Ihren Dialer so einstellen, dass die eine Nummer aus Deutschland nutzt. Naja, manchmal kommen die Anrufe von Deutschland, ja. Nein, nein, nein. Das kennt, wenn die Leitung im Internet frei ist. Nein, nein. Das muss aus Deutschland kommen, die Anrufe. Mhm. Das ist deutsches Recht. Ich, ich, ich beschäftige mich, ich persönlich beschäftige mich nicht mit der Telefonie, ja. Das ist, das kennt von meiner, von meiner Geschäftsleiter ab, ja. Ja gut, okay, dann hat der, hält der also nicht so viel von deutschem Recht, okay. Ist ja, ist ja ganz schön, okay, dann weiß ich, wo Sie sind. Und jetzt die Frage, wo sind Sie reguliert? Was meinen Sie? Die Regulation. Sie sind ein Finanzdienstleister und Sie müssen reguliert sein. Wo sind Sie reguliert, war meine Frage. Wir haben keine Lizenz. Ach, Sie haben keine Lizenz. Ja. Okay, ja. Gut, dann hat sich das schon erledigt bei Firmen, die keine Lizenz haben. Das ist mir zu wenig, nein. Ja, wir bekommen sie bald, ja. Und unsere Dokumente sind gerade im Wege. Ja, Sie dürfen doch noch gar nicht handeln, wenn Sie gar keine Lizenz haben. Sie handeln doch jetzt schon. Wo werden Sie denn reguliert sein? Ich denke, bei BaFin. Mhm, okay. Gut. Und, und Sie handeln mit Kryptos? Mit Kryptos und mit anderen Aktiven. Ich habe Ihnen gesagt, das sind Rohstoffe, Währungsfahre. Also, auf Kryptos können Sie keine Lizenz bekommen. Ja, äh, wieso kennen Sie die Binance? Na, ich kenne die Binance, aber das hat ja nichts mit der BaFin zu tun. Ja, aber die haben keine Lizenz im Europaraum. Oh, natürlich haben die Lizenz. Ja, und die Handel, nein, die haben kein Lizenz und die handeln im Europaraum. Doch, aber die sind, haben keine Lizenz bei der BaFin. Jedenfalls nicht für Krypto. Nein, nein, die haben überhaupt keine Lizenz und die handeln auch. In Deutschland keine Lizenz. Überhaupt im Europaraum. Hm, na gut, okay. Ja, ich, ich sehe schon. Sie sind perfekt vorbereitet. Sie wissen sehr genau, was Sie machen. Gut, okay. Ja, natürlich. Gut, dann die, die dritte Frage ist, wann habe ich Ihnen die Erlaubnis erteilt, mich anzurufen? Wann habe ich Ihnen das Double Opt-in gegeben? Sie haben Ihre Daten und Telefonnummer hinterlassen, ja? Ich habe die bekommen und meine Arbeit ist, Sie anzurufen. Das war nicht die Frage. Meine Frage ist das Double Opt-in. Sie müssen eine Anruferlaubnis von mir haben. Und das ist ein sogenanntes Double Opt-in. Ja, mit welchem Zweck haben Sie dann Ihre Daten hinterlassen? Nein, 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 nein. Und Telefonnummer? Ja, ich habe jedenfalls nicht mit dem Zweck meine Daten hinterlassen, dass Sie mich anrufen sofort. Also, wo, hallo, ich bin doch nicht, ich bin doch, ich bin doch nicht fertig. Lassen Sie mich ausreden. Nein, 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 nein. Sie waren fertig und ich frage jetzt. Geben Sie mir das Double Opt-in, in dem ich Ihnen die Erlaubnis erteilt habe. Das sind Ihre Daten und Telefonnummer. Wieso haben Sie dann sich hinterlassen? Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Nein, das weiß ich nicht. Sehen Sie, Sie wollten in Deutschland sitzen und wissen nicht mal, was ein Double Opt-in ist? Sie wissen nicht, von deutschem Recht wissen Sie nichts. Sie sind also nicht in Deutschland. Wir sind in Deutschland, das habe ich Ihnen schon gesagt. Nein, nein, sind Sie nicht. Sie haben eine gespoofte Telefonnummer. Sie sitzen nicht in Deutschland. Übrigens, wie alt? Herr Siegelbrecher. Augenblick, ich bin doch, ich bin doch nicht fertig. Ihre Plattform, wie alt ist Ihre Firma denn? Wir sind schon fast fünf Jahre auf dem Markt. Ja, das sehe ich genau, sehe ich genau. 95 Tage. Am 17. Februar, ich sehe es im Internet, Ihre Plattform ist am 17. Februar diesen Jahres erstellt worden. Erklären Sie mir das? Das stimmt nicht. Das stimmt? Das stimmt nicht. Das stimmt? Das stimmt nicht. Also, Sie lügen mich schon wieder an. Man kann im Internet hervorragend... Ja, 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 ja. Sie sind also ein Betrüger. Hallo, Betrüger. Und haben Sie sonst noch was zu sagen? Das stimmt nicht, aber das ist Ihre Entscheidung. Ja, nein, ja, es ist meine Entscheidung, ob ich mit Betrügern handele. Sie sind ein Betrüger. Man kann im Internet hervorragend überprüfen, wann eine Webseite registriert wurde. Und Ihre wurde am 17. Februar diesen Jahres erst registriert. Das stimmt nicht. Doch, das ist so. Das ist so. Nur weil Sie nicht schlau genug sind, das zu verbergen, ist ja nicht mein Fehler. Also, Sie lügen mich schon mal an. Sie sind ganz seriös. Sie können denken natürlich, was Sie wollen. Tue ich auch. Das kennt nur von Ihnen aus. Wissen Sie, wer das noch denken wird? Die ganzen Zuschauer bei YouTube, für die ich dieses Video hochlade, die sofort wissen, dass gelion24.com eine Betrügerseite ist. Das stimmt nicht. Wir haben viele Kunden und die sind betrügelt. Nein, 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 das sind Opfer. Aber das ist natürlich nur Ihre Entscheidung. Die Entscheidung liegt nicht bei mir. Sie sind ein Betrüger, das weiß ich. Und Ihre Kunden sind keine Kunden, sondern Opfer. Soweit ist es ja schon klar. Sie lügen ja ohne Ende. Sie liegen, Sie sind nicht mal in Ordnung. Sie sind nicht in Ordnung. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, dass Sie keinen Sinn sehen. Kann ich mir gut vorstellen. Natürlich. Dann wünsche ich Ihnen einen schlechten Tag, Betrüger. Nein, ich habe eine hervorragende Laune. Weil ich wieder einen Betrüger festgestellt habe. Wieder mal einen Betrüger. Ja, genau. Schön, dass ich es endlich zugebe, dass Sie ein Betrüger sind. Sehr schön. Ja, aber Sie reden und reden und das hat keinen Sinn. Sie haben auch die ganze Zeit geredet. Nur Sie hören gar nicht zu. Ja, ja, Sie haben mich auch ständig unterbrochen. Ja. Natürlich merken Sie das nicht, ja? Doch, natürlich. Genau das habe ich gemerkt. Naja, dass Sie mich ständig unterbrochen, die gut erzogene Leute machen das nicht. Ja, gut erzogene Leute betrügen auch keine anderen Menschen. Ja, ja. Und lügen auch nicht. Das ist aber nur Ihre Entscheidung. Nein, das ist keine Entscheidung. Das ist nur Ihre Meinung. Die Entscheidung, das steht sogar im Internet. Das ist Ihre Meinung. Das steht sogar im Internet. Das ist nicht meine Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Ganz viele Rechtsanwaltskanzleien und Behörden ermitteln schon gegen Sie. Ja, natürlich. Natürlich, ja genau. Und Sie sitzen irgendwo im Ausland. Ich verliere meine Zeit. Ja, das ist schön. Genau, das war der Sinn. Ja, im Internet kann man ganz viel lesen. Ja, ja. Der Sinn ist einfach, dass Sie, während Sie mich anrufen, keine anderen Leute betrügen können. Deswegen ist es so schön, dass Sie mich angerufen haben. In der Zeit konnten Sie niemand anders betrügen. Ja, okay. Ja? Gut, Herr Segelbrecher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Ich Ihnen nicht. Ja, kein Problem. Das freut mich. Tschüss, Betrüger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja.